Nachwuchsförderung ist für Brose ein enorm wichtiges Thema. Wir wollen unsere Innovations- und Qualitätsförderschaft weiterhin ausbauen. Dies gelingt uns nur mit einem Top-Team. Weil Erfolg einen guten Start braucht, bieten wir jungen Menschen eine gute und solide Ausbildung bei Brose. Dafür ist ein großes Ausbildungs- und Studienangebot vorhanden. Diese Chance wollen wir aber auch nutzen, um die jüngsten Kinder und Jugendliche zu begeistern, um Interesse an Technik zu bekommen. Deshalb sind wir Mitglied der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher. Nur so können wir auch weiterhin den Erfolg von Brose sichern. Aber nicht nur das, auch in Deutschland stehen weiterhin junge Ingenieure und Entwickler zur Verfügung.